Gehörst du zu den 98%, die bei diesem Spiel hier failen werden, finden wir es heraus. 98%? Nur 2% schaffen das? Keine Ahnung, ob das so stimmt. Wir finden es raus, Leute. Let's go. Okay, das erste Wort ist hier versteckt und ich kann es tatsächlich erkennen. Es ist das Wort Party. Ganz easy eigentlich. Kommen wir zum zweiten Wort und ich kann es auch easy erkennen. Es ist für mich gar kein Problem und ich sehe das Wort Erde bzw. Earth auf Englisch und so. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ja, hier ist das Wort Earth. Ziemlich gut versteckt, aber ich kann es immer noch erkennen. Kommen wir zum nächsten. Hier ist das Ganze schon ein kleines bisschen schwerer, aber ich kann es immer noch erkennen. Habt ihr es? Habt ihr es? Habt ihr es? Falls ja, lasst mal ein Like und ein Abo da. Ja, es ist das Wort Grey. Also auf Deutsch Grau. Ist auch noch okay, aber es wird schon schwerer zu erkennen. Aber irgendwie mit 98%. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich so viele Leute nicht schaffen.